Und als zweites Video gibt es die Tapis von CL4. Rot, Gelb, Grün und Blau. Schön aufgereiht. Auf der Packung steht, kann man gar nicht schließen, doch jetzt 24,4 Gramm. Auf den einzelnen Tapis steht da auch noch die einzelne NEM drauf. 6,1 Gramm. Kann man das lesen? So, stellen wir die mal auf. Die sind ja nicht mit Cracking wie die Partys von ARS. So, machen wir mal Rot, Gelb, Grün und Blau als Ampelfarben. So, fangen wir mal an mit den Roten. Ja, Silberflüten. Ah, jetzt kommt Rot dazu. Richtig hoch, richtig geil. So, da macht man jetzt den Gelben. Ja, schön. Der ging ja lange. Und noch den Grün. Richtig geile Fontänen sind das. Besser als die aus dem Dino Hierobik. Und den Blau noch. Danke fürs Zusehen.